Benutze ein Wahrsagebecken, um mit dem Orakel zu sprechen. Also das wäre die Phase 1 von 14. Ihr müsst einfach hier bei einem der vier Becken landen. Ich zeige euch die ganzen natürlich auch auf der Karte. Landet einfach hier bei einem der Becken. Interagiert jetzt mit dem Becken und schon habt ihr die Phase erledigt. Der Droh der Zorn Zeus. Und der Untergang steht bevor. Wir müssen Zeus und den Wächtern des Olymps zeigen, wie wichtig die Menschheit ist. Bevor sich der Himmel schwarz färbt. Endlich eine Weissagung, die sich lohnt. Ich liebe Tragödien. Bereiten wir dich vor.